Schauspieler Jürgen Vogel Facebookt dieses Promi-Selfie der letzten Harald-Schmidt-Show, die gestern Abend ausgestrahlt wurde. Mit auf dem Foto und auch Gäste der Show waren Moderatorin Nathalie Likar, Humorist Pierre M. Krause, Comedian Klaas Häufer-Umlauf, Schauspieler Olli Dietrich, Autor Bastian Bielendorfer und Star-Moderator und Legende Harald Schmidt natürlich. Er kann es nicht lassen, Rocco Stark ist mal wieder supergut, äh, supergeil drauf. Sehr geil. Und du? Du bist supergeil. Sehr, sehr geil. Comedian Kaya Janar stellt seinen Facebook-Fans seine neue Band vor. Alles Ex-Knackis schreibt er dazu. Ganz schön ernst, seine Jungs. Und die Jungs der Beatsteaks posten ihren Facebook-Fans dieses coole Video im typischen Beatsteak-Style. We listen to the shit that you might be missing. We get here at 8. We won't be late. We listen to the shit until the shit sounds great. Cool. Schauspieler Wilson-Consales Ochsenknecht postet sich vor der Berliner Mauer. Moment mal. Ach so, nur am Filmset von Punk natürlich. Und Modelegende Karl Lagerfeld designt jetzt auch Taxis in London. Ob er da wohl auch am Steuer sitzt? Mal sehen. Und damit bis zum nächsten Update. Bis zum nächsten Mal.